Die Maximumrente. Gibt es in der gesetzlichen Rente ein Maximum an höchster Rente, die ich maximal erreichen kann? Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben eine ganz interessante Schnellfrage auf Rentenbescheid24.de reinbekommen und da schreibt uns die Versicherte, dass sie also laut Renteninformation bis zur Regelaltersgrenze hochgerechnet eine prognostizierte Regelaltersrente von ca. 3.200 Euro brutto erreichen kann. Nach aktuellem Stand 31.12.2022 liegt sie wohl irgendwo bei 2.900 Euro angesparten Ansprüchen und sie hat jetzt die Frage gestellt, macht das jetzt eigentlich noch Sinn einzuzahlen? Ist das, was die deutsche Rentenversicherung da ausgerechnet hat, jetzt das Maximum an dessen, was ich kriegen kann? Gibt es in der gesetzlichen Rentenversicherung eine Deckelung des Maximums an einer Rentenhöhe, was ich erreichen kann? Also sozusagen 3.500 Euro und alles, was du darüber kriegen könntest, das gibt es da nicht mehr. Meine Damen und Herren, nein, das gibt es nicht. Grundsätzlich wird die gesetzliche Rente, sei es die Altersrente, die Erwerbsminderungsrente oder die hinterbliebenen Rente nach Einkommen, nach beitragspflichtigen Einkommen berechnet. Daraus werden Entgeltpunkte berechnet. Das heißt also, wenn ich jedes Jahr an der Beitragsbemessungsgrenze Einkünfte habe bis zum regulären Rentenbeginn und ich habe dann 90 Entgeltpunkte zum Beispiel, ja, dann stehen mir aus den 90 Entgeltpunkten die sich daraus resultierende Altersrente zu, wenn wir die 90 Entgeltpunkte mit dem dann geltenden Rentenwert multiplizieren, vervielfältigen. Das heißt also, je mehr ich verdiene und je länger ich ein in die Rentenkasse einzahle, umso höher wird meine Rente. Es gibt in der gesetzlichen Rente keine Kappung einer Höchstgrenze der Rente. Das ist im deutschen Recht nicht möglich. Wir haben das sogenannte Äquivalenzprinzip. Das heißt, zahle ich viel ein oder habe ich hohe Einkünfte, kriege ich eine hohe Rente. Habe ich niedrige Einkünfte, bekomme ich eben nur eine niedrige Rente. Damit ist klar, es gibt grundsätzlich keine Grenze, wohin die Rente gehen kann. Was es aber für eine Grenze gibt, wir haben jährlich für jedes Jahr eine maximale Beitragsbemessungsgrenze und aus dieser Beitragsbemessungsgrenze heraus errechnet sich ein Maximum an möglichen Entgeltpunkten für das jeweilige Jahr. Das heißt also, wenn jemand mehr als die Beitragsbemessungsgrenze verdient, dann bekommt er das Mehr, was da oben drüber liegt, nicht noch in Entgeltpunkte umgerechnet, sondern er kriegt halt eben nur die Entgeltpunkte bewertet bis zur Beitragsbemessungsgrenze oder errechnet die Entgeltpunkte. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.